An jenem Tag erinnerte sich die Menschheit, an das Grauen von ihnen beherrscht zu werden und an die Demütigung, in einem Vogelkäfig gefangen zu sein. Vater, nein! Das Ziel nähert sich! Wären wir dem Aufklärungsdruck beitreten. Auch wenn die Mauern hundert Jahre lang nicht zerstört wurden, gibt es keine Garantie, dass sie auch heute halten werden. Das ist einer. Ein Titan! Ein Sterboden im Hand der Menschen! Du stehren dich! Wenn ich zurück bin, werde ich dir den Keller zeigen, den ich bis jetzt immer verschlossen war und nahm. Bleib stehen! Ich werde die Titan ausrotten, ohne einen einzigen übrig zu lassen!